Willkommen zur Technik Schiffsteuer. Dafür setzen wir uns mit unserem Partner auf die Knie, kann noch ein bisschen näher ranrutschen, und nehmen den Popo einmal hoch. Ich greife auf der gleichen Seite, greife ich mir den Arm von Marcel, damit ich ihn jetzt hier festgehalten habe und er nicht mehr wegkommen kann. Die andere Hand nehme ich einmal unter den Arm von Marcel und packe ihm meine Schaufel drunter. Ich kann meine Hand hier ablegen und auf drei gibt es gleich eine Bewegung, eine Drehbewegung. Der Marcel, der zeigt mir auch in welche Richtung ich ihn drehen muss. Den Arm, den ich festgehalten habe, damit zeigt er mir die Richtung. Ich stelle noch ein Bein auf und auf drei drehe ich den Marcel auf den Boden. Eins, zwei und drei. Noch einmal ganz schnell, Schiffsteuer. Popo hoch, Arm festhalten, Hand kommt unter den Arm von Marcel. Bein aufstellen, er zeigt mir in welche Richtung. Eins, zwei und drei. Und das war die Schiffsteuer. Bis zum nächsten Mal. SaaS, was das